Hallo liebe Handballfans, das ist die Entscheidung. Jetzt geht's los mit der wilden Jagd aus der Sparkassen-Arena und der neuen Halle in Gummersbach. Ich darf Sie herzlich begrüßen und noch mal kurz auf die Voraussetzungen hinweisen. Beide Mannschaften, der THW Kiel und die Rhein-Neckar Löwen, sind punktgleich an der Tabellenspitze. Die Rhein-Neckar Löwen gehen in dieses letzte Spiel mit sieben Toren plus rein. Das heißt, der THW muss ganz schön viel aufholen. Zunächst müsste er den deutschen Pokalsieger mal schlagen. Die Füchse aus Berlin, das wird kein Pappenstiel. Und die Rhein-Neckar Löwen müssen beim VfL Gummersbach auswärts gewinnen. Und dann kommt es auf das Torverhältnis an. Und da sind die Löwen, wie die Experten sagen, mit einem ganz guten Vorsprung. Aber ohne die letzte Sicherheit in diesen letzten Spieltag reingegangen. Und ich begrüße ganz herzlich Stefan Kretschmer, der unglaublich viele Spiele verfolgt hat in dieser Saison. Stefan, das letzte Finale um die deutsche Meisterschaft. Das war zwischen dem SC Magdeburg und Flensburg-Handewitz so spannend. Und da müssen wir ganz schön lange zurückgucken. Ja, das ist nur weiter her. 2001. Die Saison, als am letzten Spieltag die Meisterschaft entschieden wurde. Heute ist es nun nicht gerade gegeneinander. Weil am letzten Spieltag spielten wir auch noch direkt gegen Flensburg. Aber das ist natürlich ein Duell. Du sagst es schon richtig. Erstmal müssen die beiden gewinnen. Es geht ja immer nur noch darum, wie hoch gewinnt welche Mannschaft. Aber dass diese beiden Mannschaften, die fixe Berlin und auch der VfL Gummersbach durchaus unangenehm sein können. Das dürfte klar sein. Und Nervosität spielt auf beiden Seiten natürlich auch eine Rolle. Und jetzt haben wir fünf Minuten absolviert und Friedrich Pedersen gegen Schürstrand im Tor des THB mit der Chance auf den Ausgleich. Und jetzt schauen wir nach den ersten Eindrücken und gehen mal rüber in unserer Konferenz zu Markus Götz. Und dann jetzt Stefan und die schauen, was los ist. So, hier ist der Handballwahnsinn Teil 2. Willkommen in Götzbach, wo der noch Tabellenführer am Ball ist. Die Rhein-Neckar Löwen in Gelb von rechts nach links in diesem ersten Durchgang. Und es ist hier wesentlich torreicher zugegangen in den ersten Minuten. Knapp sechs Minuten absolviert. Die Löwen führen mit 5 zu 3. Daniel Stefan ist an meiner Seite. Und wir sind natürlich hier schon eine ganze Weile in der Halle. Die übrigens ziemlich gut gefüllt ist mit Rhein-Neckar Löwenfeld. Gucken wir uns ganz kurz den Gegenstoß an. Abgeschlossen von Uwe Götzheimer. Drei Tore Führung für die Löwen. Die Stimmung ist unglaublich hier. Etwa 600, 700 Mannheimer sind mit dabei. Ganz viel Geld in der Halle. Und jetzt nochmal zu Daniel Stefan. Erstmal herzlich willkommen, Daniel. Wir sind alle ein bisschen aufgeregt, Leute. Keine Frage. Wir sind hier rummarschiert. Wir haben mit vielen Beteiligten gesprochen. Und unser Fazit muss lauten. Hoffentlich sind die Spieler bei den Löwen cooler als die Verantwortlichen. Thorsten Storm, Guttmann und Sonnen. Die waren alle wahnsinnig angespannt. Verständlich. Verständlich. Aber die Spieler sind konzentriert. Sie gehen mit Emotionen ins Spiel hinein. Haben konsequent auch schon den Gegenstoß gesucht. Und ja, sie möchten hier nichts anrennen lassen. Sie wollen sofort zeigen, wer Herr in Hause ist hier. Und jetzt kommt der Rhein-Neckar-Löwen. Wieder Gensheimer. Ja. Konzentriert ist das richtige Stichwort. Klare Führung hier nach sieben Minuten für die Rhein-Neckar-Löwen. Sie machen ihren Job. Und Kummersach in Person von Trainer Emil Kotagic nimmt die erste Auszeit. Fast 20 Minuten absolviert in der ersten Hälfte. Der THB führt mit 10 zu 7. Es ist ja unfassbar. Also die Herangehensweise. Du musst dich ja mal in die Spieler reinversetzen, die da jetzt unten stehen. Die Kieler wissen nicht, wie es gerade in Kummersbach steht. Normalerweise musst du vor das Risiko gehen. Du weißt, du musst sieben Tore aufholen. Vielleicht sogar mehr zum jetzigen Zeitpunkt. Dafür spielen sie es noch relativ ruhig. Na klar, musst du das Spiel auch erstmal gewinnen. Die Füchse sind ein unangenehmer Gegner. Aber du musst den Gegenstoß gegen jede Chance nutzen. Ja, sie versuchen den Druck weiterzugeben. Und vorne bei den Füchsen häufen sich jetzt die Konzentrationsmängel. Nielsen hat da den Ball nicht gefangen. Das war gut rausgespielt. Lange rausgespielt von den Füchsen. Mit viel Geduld. Bujin gegen Heinevetter. Wahnsinn! Heinevetter bleibt total cool. Bujin der beste Torewerfer beim THB. Schon spektakuläre Paraden gehabt. Hat den Gegenstoß von Sigurdsson abgebissen. Also mit dem Fuß oben im Winkel. Heinevetter ist schon voll da. Er will natürlich heute nochmal eine ordentliche Leistung bringen. Einer der Letzten, der sich vorwerfen lassen will, hier abgeschlachtet worden zu sein. Also die Füchse gehen das sehr, sehr gut an. Sehr konzentriert an. Und spielen das mit System hier heute in Kiel. Sie machen es im THB wirklich sehr, sehr schwer. Hier allerdings der nächste Stockfehler. Das könnte jetzt den Kieler eine etwas höhere Führung bringen. Nächster sieben Meter. Sie schaffen es jetzt nicht mehr, die Anspiele an den Kreis zu verhindern. Jetzt muss man ja auch ehrlich mal sagen, wenn man die letzten Wochen verfolgt. Daniel Stephan und Markus Götz haben es gerade angesprochen. Die Ergebnisse sind ja unfassbar. Also wie man dann auf einmal am Ende der Saison dort mit 20 Toren gewinnt, dort mit 20 Toren gewinnt. Da fragt man sich ja schon, ist das doch das richtige System? Kann ja auch nicht sein, dass da so hohe Ergebnisse am Ende der Saison rauskommen und ausschlaggebend sind. Über Meisterschaft oder nicht Meisterschaft. Die sieben. Zwei gestorben dieser Partie Torschütze. Unsere Nummer 18. Niklas. Zum ersten Mal. Vier Tore Vorsprung für den THB. Jetzt rollt es besser und das passt. Dago Sigurdsson überhaupt nicht. Er nimmt die Auszeit. So, für uns Gelegenheit nach dem Schauplatz Nummer zwei zu schauen. Das ist der reine Irrsinn, was die Löwen hier nach wie vor offensiv abfackeln. Aber Thomas Bach hält zumindest im Angriff wirklich dagegen. Das war bereits das 14. VfL zu Ort. 17 zu 14 die Führung für sein Team. Thorsten Storm, der Geschäftsführer der Rhein-Neckar Löwen. Er ist hier für die Ergebnisübermittlung zuständig. Nächster Treffer für das Team aus Mannheim. Nicht zu glauben. 22,5 Minuten gespielt. Und die Anzeige zeigt bereits 18 Löwentore. Also nochmal zu Thorsten Storm. Er hat den kurzen Draht nach Kiel. Er kriegt alles mit, was dort passiert, wie sich die Geschichte dort entwickelt. Man hat sich abgesprochen bei den Rhein-Neckar Löwen. Dass man zumindest in der ersten Hälfte die Spieler nicht informiert über die Zwischenstände aus Kiel. Das ist nachvollziehbar. Das bringt dich nur durcheinander. Die sollen sich auf ihr Spiel konzentrieren. Das ist die Devise. Und was macht Patrick Kreuzzi denn da bitte? Der legt das Ding aber gut 30, 40 Zentimeter über die Hütte. Also es bleibt beim 18 zu 14. Und dann wird man situativ entscheiden. Im Laufe der zweiten Hälfte. Was wird durchdringen bis zur Bank? Thorsten Storm hat dann Kommunikation mit dem Assistenten von Gudmundur Gudmundsson. Mit Thomas Svensson. Der hat auch noch ein Handy bei sich. Also da werden alle Kommunikationswege genutzt. Und sollte es sich dann zuspitzen in der Endphase. Dann wird man natürlich die Löwen dort unten auf der Bank immer genau auf dem Laufenden halten. Die Gummarswacher waren ja auf ein Tor ran. Aber die Rhein-Neckar Löwen mit dem Zwischenspurt haben sie ja auf fünf Tore herausgeworfen. Und die Gummarswacher hat so ein bisschen moniert. Sie schied sich ja so ein bisschen ein paar Pfiffe gegen sie. Sie hatte Kotakic auch schon eine gelbe Karte. Die Gummarswacher sind heiß hier, sich teuer zu verkaufen. Und sie machen das sehr gut bis auf die Abwehr. Die Gummarswacher, die ist zu passiv. Weil Puhle hält eben auch noch ein paar Bälle. Die Torhüter sind noch nicht die Faktoren in diesem Spiel. Also das haben wir jetzt ja auch schon übermittelt bekommen. Dass die Berliner wirklich gegenhalten in Kiel. Die großartige Achse, Schmid Mührhol. Er zwingt zumindest mal wieder einen sieben Meter. Und selbiges gilt hier natürlich auch für den VfL. Jetzt gibt es hier die zwei Minuten gegen den Keeper. Matthias Puhle hat dazu tolle gemeckert gegen die Entscheidung der Schiedsrichter. Carsten Liegner, wir haben es angesprochen, fehlt verletzungsbedingt. Wegen einer Lumboischialgie. Im Volksmund wird das Hexenschuss genannt. Hat er sich zugezogen am vergangenen Donnerstag im Training. Und jetzt sollte eigentlich die Stunde der Nummer zwei schlagen. Matthias Puhle. Aber der scheint hier ein bisschen übermotiviert zu sein. Und jetzt kommt die Nummer drei. Lukas Puhle. Das ist eh einfach weggestrichen. Und der muss jetzt zumindest zwei Minuten halten. Und sieht sich zunächst einmal einem Gensheimer sieben Meter gegenüber. Uwe Gensheimer, der National links außen. Wie aufgedreht bislang. Auch wenn er den verwirft. Gensheimer hat schon sechsmal genetzt. So, Sie sehen, das ist ein schöner Zwischenspurt, den der THB hingelegt hat. Von 9 zu 7 auf 14 zu 7. Stefan Kretschmar, jetzt brennt wirklich die Luft. Denn jetzt sind sie den Löwen richtig auf den Hacken. Ja, man muss ehrlich sagen, dass die Herausnahme von Romero der Schlüssel war, warum die Kieler besser ins Spiel gefunden haben. Die Füchse machen zu viele Fehler im Angriff. Viele technische Fehler. Die Kieler konnten Gegenstöße laufen und haben das brutal genutzt. Und das ist ja, dafür sind sie ja berühmt, berüchtigt. Wenn man ihnen die Tür aufmacht, dann gehen sie da durch. Dann können sie auf einmal einen 3-4-5-0-Lauf starten mit ihren Gegenstößen. Und das haben sie beispiellos gerade gemacht. Also, zu Recht. Die Abwehr ist super konzentriert. Fabian Wiede produziert Fehler ohne Ende. Er ist mit dieser Situation noch nicht so richtig warm geworden. Christopherson und Horak versuchen eins gegen eins zu gehen. Jicher spielt vorne eine super Deckung. Die haben wir. Titi ist zu Besuch mit seiner Gattin links. Und vielleicht finden wir auch noch Markus Alm, der auch hier zu Gast ist. Und natürlich die Daumen drückt bei einem ehemaligen Team. Und der Titel, der neunzehnte, ist wieder näher gerückt. So viel können wir sagen in der THB. Spielt hochkonzentriert, vor allen Dingen in der Abwehr. Kaum ein Durchkommen. Und der nächste Ballverlust der Füchse. Sie spielen zu einfallslos. Also die Kieler nutzen jetzt ihre Gegenstöße super. Sie gehen sie konsequent. Aber ohne Romero ist dieser Angriff zu harmlos. Zu wenig Übersicht. Man hat das Gefühl, Christopherson und auch Horak sind sich nicht bewusst, was sie machen müssen wegen dieser 3-2-1-Formation. Und dadurch können die Kieler jetzt wirklich ihre Gegenstöße laufen. Und man sieht, wie die Euphorie natürlich jetzt hier hochkommt in der Sparkassen-Arena. Und wie man wirklich an der Sensation, möchte ich mal sagen, schnuppert. Oh, da hat Bojen sich aber ganz schön verzettelt. Hat ein Glück gehabt. Ja, gegen die gebundene Abwehr ist das nicht ganz so einfach bei den Füchsen. Es ist durch die Tempogegenstöße, durch die erste und zweite Welle gekommen, dass der THB so einen großen Vorsprung mittlerweile rausgearbeitet hat. Das war ein Schrittfehler von Yicha. Die Füchse haben auch noch keinen einzigen Treffer durch den Tempogegenstoß erzielt. 0,0. Nada. Ich glaube, das war aber auch von vornherein nicht ihre Marschroute. Oh, jetzt bringen sie Spoilerich auf der halb-linken Position. Ja, jetzt ist es spitz auf Knopf. Nur noch drei Tore Vorsprung für die Löwen. Und der nächste Fehler. Schwaches Anspiel von Christofferson. Immer wieder bleiben sie vorne an Licher hängen. Sie machen so technische Fehler, auch gerade wieder der Pass von Christofferson. War nicht exakt. Sie ist gut, worauf der THB viel wartet. Sigurdsson muss Romero zurückbringen. Er ist der Einzige, der dieses Spiel geordnet hat in der Anfangsphase. Und wo die anderen dann mitgespielt haben, was dem Füchsenangriff eine gewisse Sicherheit und Ordnung gegeben hat. Ja. Zurück! 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 Haben sie gesehen, wie der Bienechef verteidigt? So muss man's machen, wenn man Deutscher Meister werden will. Der trägt den zurück zur Mittellinie. Ja, jetzt sind sie auch mal schnell gegangen, die Füchte. Das haben die das ganze Spiel noch gar nicht gemacht. Schnelle, mittelgespielt. Aber das ist natürlich jetzt gefährlich. Bei dem Spielstand 17 zu 8, die Kieler mit Oberwasser, Selbstvertrauen, auch der Pass von Palmersson zu Nischer, gerade vorne allererste Sahne. Derzeit wäre der THB Kiel Meister und die Leute informieren sich, die sind mit dem iPad hier, die hören Radio, die wissen Bescheid, die feuern ihre Mannschaft an, alles steht in der Sparkassen Arena. Und der letzte Wurf soll unbedingt verhindert werden. Wird wiederholt. Sie konzentrieren sich jetzt, dass jede Chance drin ist und das machen sie wirklich gut nach der Halbzeit. Zehn Gensheimer Tore haben wir bereits gesehen. Er spielt am aufgedrehtesten bei den Rhein-Neckar Löwen und er schnappt sich jetzt auch wieder den Ball, wenn es um sieben Meter geht. Das ist Chefsache, der Kapitän macht es. Oh Mann, er war ja heiß umworben vom THB Kiel, sie wollten ihn nach dieser Saison hochholen in den Norden. Er hat gesagt, nee, ich bleibe in Mannheim, das ist meine Heimatstadt. Für mich wäre ein Meistertitel mit den Rhein-Neckar Löwen zehnmal mehr wert als eine Meisterschaft mit dem THB Kiel. Und er ist jetzt wieder näher dran. Acht Tore vorn, die Löwen. Und du kannst dir so ganz allmählich mal neue Superlative ausdenken. Ich brauche vor allen Dingen eine Steigerung für Wahnsinn. Thomas Bach hat ein bisschen die klare Linie aus dem ersten Durchgang verloren. Und die Löwen haben tatsächlich zumindest bislang das geschafft, was der Manager gefordert hat. Besser spielen in allen Bereichen. Stabilisierung in der Deckung, das ist mal die Basis für alles. Angeführt von ihm, Niklas Landin. Thomas Bach hat er jetzt auch so ein bisschen mit den Schiedsrichtern. Das sollen sie sein lassen. Sie müssen auf ihren Spiel konzentrieren und einfach versuchen, wie in der ersten Halbzeit auf Tempo zu drücken. Und dann die Eins-gegen-eins-Situation zu suchen. Pult, Schröder. Wieder Pult. Ja, sie tun sich jetzt wesentlich schwerer. Aber der war natürlich klasse Stemmschritt. Doppelbeinig abgesprungen. Und dann macht es Bursch. Andréa Schröder. Was ist da für ein Tempo drin? Und wieder kriegt Gänzheimer den Abschluss. Wie schnell läuft denn der Ball da durch die Löwen-Mannschaft? Aber gut, da muss Van Goghalla, der eben Gänzheimer deckt, muss aber ein bisschen personenbezogen decken. Ja, das kann nicht sein. Wenn er jetzt schon das elfte Tor macht, dann lasse ich ihn einfach nicht mehr werfen. Da müssen sie sich ein bisschen cleverer anstellen in der Affair von Bummersbach. Und wieder haben wir ganz kurz den Löwen-Manager Thorsten Storm gesehen. Der wippt nur noch hin und her, guckt permanent auf sein Handy. Er hat ja ein wirklich abgeklärtes, ruhiges Interview gegeben in der Halbzeit. Aber wie es innen drin aussieht, nämlich ganz anders. Aber das ist jetzt eine andere Löwendeckung. Sie zwingen den VfL-Gummersbach in längere Angriffe. Die tun sich schwerer, gute Wurfpositionen zu kreieren. Der Arm ist oben. Pult, Schröder. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt mal gesehen haben im ersten Durchgang, dass die Schiedsrichter den Arm hochheben mussten. Das passive Vorwarnzeichen. Dann muss man schnell abschließen, sonst gibt es Zeitspiel. Das ging alles so schnell bislang. War gar nicht nötig. Und was für ein Zorg von Christoph Schindler. Ja, aber man muss jetzt bemerken, es sind alles so Einzelaktionen gewesen. Sie kommen, 6 gegen 6 kommen sie nicht mehr klar, weil die Deckung erstens aggressiver sind und natürlich Landin auch besser hält. Da haben wir Oliver Roggisch. Er sitzt im Moment nur hinter der Löwenbank. Es ist sein letztes Bundesligaspiel. Er wird seine Karriere nach 16 Jahren Bundesliga heute beenden. Und wenn er sich in der Mitte von 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 der Mitte. Er hat 2 Minuten auf den 7 Meter. Herr Guterl, steht natürlich vorher im Kreis. Also die Schiedsrichter muss ich wirklich sagen. Es ist alles hektisch. Und die Schiedsrichter lassen sich manchmal so ein bisschen anstecken. Sie pfeifen in ihre Linie. Beide Trainer haben schon eine gelbe Karte bekommen. Es ist auch wirklich schwierig, hier mal wirklich eine ruhige Hand zu beweisen. Für die ist das wirklich alles andere als ein einfach zu leitendes Spiel. Und da waren natürlich schon ein paar Fehler mit dabei. Und Gensheimer, was ist eigentlich mit dem los heute? Er war ja auch schon verletzt in dieser Saison. Er ist in absoluter Topform. Der Löwenmanager ist glücklich. Und ich denke auch der Bundestrainer im Hinblick auf die Quali-Spiele gegen Polen. Wenn er seine Spieler in dieser Verfassung sieht. Uiuiui. Schröder guckt nicht hin. Und Santos hat den Fehler ausgebügelt. Ja gut, der Schröder guckt nicht hin. Aber Pucic darf ihn natürlich dann den Ball nicht zuwerfen. Pucic ist manchmal einfach verschlafen. Er hat gute Würfe. Aber manchmal denkt er kaum mit. Der Ball war doch eigentlich am Fuß. Und dann kriegen Sie doch nur das Tor. Jetzt hat Grützki sich verspekuliert. Tolle Einzelaktion von Raul Santos. Aber man muss sagen, Santos macht wirklich Spaß, ihm zuzuschauen. Er hat eine geile Saison gespielt. Hat nur Varianten drauf. Und er hat einen ganz großen Schritt nach vorne gemacht. Ich frage mich, wo Patrick Grützki diese Lücke gerade gesehen hat. Da war doch gar keine zwischen dem Kiefer und dem Posten, dem kurzen. Und trotzdem kriegt er ihn durch. Wieder acht Tore Führung für die Rhein-Dekker-Aleut. Und jetzt sind wir natürlich alle wieder gespannt, wie sich die Geschichte in Kiel entwickelt. Auf geht's, Grützki und Uwe. Weiter geht's in der Sparkassen-Arena. 24 zu 13 führt der THW-Gil. Licht und Schatten jetzt bei den Füchsen. Romero ist wieder dabei. Das Spiel bekommt wieder ein bisschen mehr Struktur. Stefan Kretschmer. Aber die Löwen sind noch lange nicht durch. Der THW ist richtig heiß für die letzten 20 Minuten. Ja, sie kämpfen, sie werfen alles in die Waagschale. Sie haben jetzt einige zwei Minuten Strafen bekommen, weswegen die Füchsen das Ergebnis ausgeglichen halten konnten. Romero bringt Stabilität. Daher erst mal die Auszeit. Zeig mal, Frau Alfred. Also, rechnen wir zusammen. Elf vorne die Kieler. Hier führen die Rhein-Dekker-Löwen mit sieben. Das heißt, Kiel macht vier Tore gut vor dem Spieltag waren sieben. Ja, drei vor die Löwen. Stand jetzt. Aber es ist so eng. Es ist so eng. Und es ist wieder schwerer geworden für Olli Rogic und sein Team, der nach wie vor nicht eingesetzt wird. Der nur hinter der Bank sitzt in seinem letzten, in seinem 433. Bundesligaspiel. Andy Schmitz. Gummersbach hat wieder zugelegt. Die Löwen ihrerseits haben ein paar klare Möglichkeiten vergeben. Der VfL wieder stärker in der Deckung. Und dann dieses Sensations-Tor von Andy Schmitz. Großartig. Siebtes Tor für den Schweizer. Und jetzt Achtung. 14 Tore bereits. 14 für Uwe Gensheimer. Und wir sind ja noch lange nicht am Ende. Jetzt die Löwen wieder mit 8 in Front. Aber die Gummersbacher haben sich wieder gefangen. Jetzt allerdings in Unterzahl. Vor allem Schröder und Schindler. Die machen vorne jetzt ein paar Einzelaktionen. Santos per Gegenstoß. Aber sie tun sich trotzdem schwer. Sie haben viele Zeitstrafen. Aber Schindler, ja, er haut einfach mal drauf. Auch in Unterzahl. Und ja, mit solchen Überraschungswürfen müssten sie jetzt Landin bezwingen, um wieder ein bisschen Tuflutung zu bekommen. Und damit sitzt nicht mehr 5, sondern nur noch 4 vor. Für die Löwen in diesem Moment. Und wer weiß, ob die Kieler nicht auch schon wieder 1, 2 draufgepackt haben. Mal nochmal. 11,5 Minuten noch hier in der Schwalbe Arena. Ja, sie haben das wirklich laufen lassen. Und dann steht Gensheimer im Moment, als er den Ball aufnimmt, ja, im Kreis. Deswegen Ballbesitz Gummersbach. Aber wir können uns ja wirklich mal bedanken, weil Rhein-Neckar-Lüfen und THW Kiel, was die für uns die Endphase der Mannschaft so spannend gemacht hat. Das brauchte mal wieder die Handball-Bundessieger. So ein spannendes Final um die Deutsche Meisterschaft. Ja, 8 Mal in den letzten 9 Jahren hieß der Deutsche Meister CHW Kiel. Zum Teil mit überdeutlichem Vorstrom. Und auch Andreas Schröder. Du hast eben ja schon Christoph Schindler genannt, aber auch Andreas Schröder mit einer famosen Leistung hier im 2. Durchgang. Der junge Kerl kommt mittlerweile auch schon auf 6 Tore. Und jetzt gibt es den Keeper-Wechsel bei den Löwen. Mensch, Landin hat zuletzt überhaupt nichts mehr zu fassen bekommen. Dabei hat er so klasse losgelegt. In der 2. Hälfte und Tottensturm gibt sein Handy nicht mehr aus der Hand. Es sind nur noch 6. Oh, aber es gibt den Freiburg. Nee, 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 abgepfiffen. Ja, Freiburg ist richtig. Abgepfiffen. Aber es brennt hier der Baum. Auch die Gummersbacher Zuschauer, die fiebern hier komplett mit. Für wen weiß man, natürlich für VfL Gummersbach. Aber ich glaube nicht für THW Kiel, sondern für die Gummersbacher Mannschaft. Sie sind dankbar, dass sie so eine engagierte Leistung gebracht haben hier in der Schwalbe Arena. Und das war ja, in dieser Saison haben sie gerade zu Hause schlecht ausgesehen. Aber es sieht jetzt wieder spürbar schlechter aus für die Löwen. Nur noch 6 Tore die Führung. Ich glaube nicht, dass das reichen wird. Sie müssen wieder ein paar draufpacken. Nee, nee, nee. Die Leichtigkeit ist wieder weg. Und das ist ein Geschenk, dieser Freiburg. Das ist ein Geschenk. Andi Schmid. Kann das annehmen und verwerten. Was ist jetzt? Nee, nee, nee. Treffer zählt nicht. Treffer zählt nicht. Bereits zuvor die Auszeit genommen von Gudmundsson, der seiner Mannschaft damit zwar einen Treffer nimmt, aber... Der THW wieder auf Plus 12. 29,17. Es ist ein bisschen mehr Spielzeit abgelaufen bei den Löwen. Das kann allerdings sich noch ändern durch die Auszeiten, die noch zur Verfügung stehen. Keine Frage. Hier hörst du nichts mehr. Also die Stimmung hier unfassbar. Alle natürlich extrem angespannt. Jeder weiß wahrscheinlich auch, was da in Gummersbach gerade passiert. Oder die meisten zumindest. Und ich meine, der Satz, jedes Tor kann entscheidend sein. Hatte noch nie so eine große Bedeutung wie wahrscheinlich heute an diesem Tag, wo es um die Meisterschaft geht. Romero zappelt, kämpft, beißt, spuckt, kratzt. Als wollte er sich alleine hier auflehnen und seine Vertragsverlängerung nochmal so richtig untermauern mit einer guten Leistung. Die anderen teilweise abgetaucht. Und der ehemalige Nationalspieler Christophersen. Viel zu wenig zu sehen. Fabian Wiede, der so viele gute Erfahrungen gesammelt hat, ist mit dieser Situation überfordert. Und das war ein Schrittfehler. Und in der Situation ein Heber. Kunde Nummer 5 von Jonas Tümmler. Also der THW-Express ist in voller Fahrt. Und wir gehen rüber nach Gummersbach. Und die Rhein-Neckar-Löwen, so hat es den Anschein, werden immer nervöser. Sie sind zwar noch mit 6 vorne, aber sie machen jetzt wieder wesentlich mehr Fehler als in den ersten 10, 15 Minuten des zweiten Durchgangs. Jetzt allerdings ganz klare Entscheidung. Zwei Minuten, Andreas Schröder, rausgeholt von Andi Schmid. Und der 7 Meter für die Löwen. Gucken Sie hin. Ein einziges Törchen, die Löwen noch vor dem THW-Kiel. Hier von Herzschlag-Finale zu sprechen, das wäre die gröbste Übertreibung des Tages. Das ist, und jetzt können wir das wirklich mit voller Inbrunst sagen, die spannendste Meisterentscheidung seit Menschengedenken im Handball. Seit es die Bundesliga gibt 1977. Und so ganz unrealistisch sind die Entscheidungsspiele nicht mehr. Bei gleicher Tordifferenz, zwei Entscheidungsspiele. Obe Gensheimer durch den Kiefer, quasi hindurch. Über jetzt Matthias Puhle mit wirklich spektakulären Paraden in den letzten Minuten. Was der da rausgeflischt hat, zum Teil aus sechs Metern, unglaublich. Markus, ich kann dich noch bestätigen. Ein Entscheidungsspiel ist drin. Aber der neue deutsche Meister kann auch der Weg nie leisten. Und die Füchse im Angriff, Ole Romero, wie ein Huhn ohne Kopf. Derzeit ist der THW Kiel Meister mit einem Tor vor. Das ist unglaublich. Also man muss sich mal vorstellen, was hier in der Liga gerade abgeht. Dass diese Kieler tatsächlich diesen sieben Tore Vorsprung der Löwen aufholen, egalisieren und darüber hinaus dann Meister werden. Aber die Bank von Rhein-Neckar-Löwen, Svensson und Gutmundsson, die flippen Ski aus. Also Wahnsinn. Hier megt er halt, Jürrié. Muss er selbst was machen, die anderen sind abgedeckt. Schmied baut nochmal neu auf. Teterson und Dieter Puhle. Und Thomas Bach mit der Chance zum Konter. Und der Tete jetzt richtig weh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier wird jede Nervenfaser strapaziert. Wir gucken uns nochmal ganz kurz diesen Löwenangriff an. Auch der wird abgeblockt. Das gibt's doch nicht. Jetzt kommen wir wieder im Bereich des Vogelbildern. Und von Profalla trinkt den THW Kiel näher an die Deutsche Meisterschaft. Zurück in die Sparkassen Arena. Es sind nur noch sechs für die Löwen. 34 zu 20 steht es für den THW Kiel. Also 14 Tore vor. Stand jetzt im Moment wäre es die 19. Deutsche Meisterschaft für den THW. Unglaublich, wie die von Anfang an ganz konzentriert hier gespielt haben. Haben nicht alles getroffen vorne. Haben aber die Nerven behalten. Und sind Stand im Moment Deutscher Meister 2014. Also ich glaube, Wahnsinn ist das Wort des Tages. In jedem zweiten Satz. Egal ob in Gummersbach oder hier in Kiel, kommt das Wort Wahnsinn vor. Unfassbar, wenn die Spieler das... Also ich frage mich ja wirklich, ob die das wissen, was in der gegnerischen Halle vorgeht. Die Kieler spielen das unfassbar heute. 15 vor. Und bei Berlin muss man ganz klar sagen, es ist einzig und allein Romero im Zusammenspiel mit Nielsen, der im Angriff noch Akzente setzt. Der Rest findet faktisch nicht statt oder hat es nicht verstanden, was man machen muss gegen diese Kieler Abwehr. Ja, Romero ist der Einzige. Christoffersen und Tachisson. Jetzt kann er sich mal durchsetzen. Christoffersen dazu. Hannover wechselt es in der nächsten Saison. Ja, und die verrückten Ergebnisse der letzten Woche nehmen weiter ihren Lauf. Wer hätte gedacht, dass die Füchse mit 15 Toren hier in Kiel zurückliegen oder verlieren können. Ich sage, in der regulären Saison wäre das kein mögliches Ergebnis gewesen. Warum das so kurz vor Schluss dann nochmal so abgeht in dieser Liga, unverständlich. Es gibt den Siebmeter für den THB Kiel. Wir gehen rüber zum Vorweg-Ummersbach. Die Löwen haben die Nerven verloren. Sie haben so viele Fehler gemacht in den letzten Minuten. Sie führen nur noch mit vier Toren. Und damit ist der THB Kiel fast schon Meister. Jetzt brauchen sie ein Wunder. Nichts anderes hilft mehr. Sie brauchen zwei, drei Tore und müssen hoffen, dass auch die Berliner noch irgendwas machen. Was ist hier passiert, Daniel? Du hast es ganz klar erwähnt. Die Nerven liegen blank bei den Rhein-Neckar-Löwen. Sie haben die Nerven verloren. Spieg macht zwei technische Fehler. Pettersson gibt den Ball ab. Und von Glück kann man sagen, für den Rhein-Neckar-Löwen die Kummersbacher hätten noch drei Tore mehr machen müssen. Sie hatten hundertprozentige Chancen. Und jetzt ist natürlich, also Gutmundsson, der flippt schier aus. Und sie wissen gar nicht, was sie machen sollen im Moment. Sie haben natürlich längst mitgekriegt, was in Kiel los ist. Sie wissen, dass jetzt noch was Unglaubliches passieren muss. Und dann vom Post kommt der Ball zu Brüste und wieder Puhle. Dieser Zeugelskerl. Der raubt in den letzten März. Und das muss es doch gewesen sein. Puhle hat jetzt schon 14 Paraden. Auf der anderen Seite Landini ist wieder rein. Die kommen auf elf Paraden. Und dass der Faktor Torhüter hier für Kummersbach spricht. Sie verlieren wahrscheinlich das Spiel. Aber Puhle hat sich echt die zweite Halbzeit wahnsinnig gesteigert. Und rüber nach Kiel. Aber erst gucken wir uns die letzten Sekunden an. Schrittfehler für Schindler. Gefiffen. Jetzt nochmal Grützki. Und den macht er rein. Nochmal durchschnaufen. Fünf vor. 15 Sekunden. Also wahrscheinlich kriegen wir jetzt hier kein Tor mehr. Was machen die Löwen? Sie bleiben passiv. Die machen nichts mehr. Die wollen die fünf halten oder wie? Ja, es ist schwierig. Alle raus. Das geht nicht. Und so wird. Randeckerl mit fünf Toren. Sie gewinnen mit fünf. Und wenn Kiel mit mehr als zwölf gewinnt, ist der THW-Meister. Ab in die Sparkassenarena. Und danach sieht es aus. Denn der THW hat 15 Tore Vorsprung. Und es ist die letzte Minute. Drei für Kiel. Das ist für meine Begriffe nicht mehr zu machen. Und Romero, der Beste noch der Füchse, vergeigt diesen Wurf. Und Philipp Jäscher. Das ist die Meisterschaft für den THW. Vollkommen verrückt, dieser Spielverlauf. Eine unglaubliche Leistung vom THW Kiel, die er hier den deutschen Pokalsieger zerpflückt. Palika. Nochmal mit der Parade. Es bleibt bei 15. Und zur Erinnerung. Die Löwen hatten plus sieben. Jetzt ist es minus drei. Der THW Kiel führt mit drei Toren. Das Ding ist zu Ende. Dieses Tor zählt noch. Aber der THW Kiel ist Meister. Sie dürfen feiern. Sie haben es geschafft. Der THW Kiel hat die 19. Meisterschaft. Und das ist vollkommen irre jetzt. Da haben sie den Beweis. Diese 7.30 zu 23 reicht, um die Löwen auf der Ziellinie noch rauszunehmen. Also in jedem Fall ist es die geilste Meisterschaft, die der THW hier hatte. Jemals. Wenn man die Halle sieht, als das Ergebnis durchgesagt wurde. So euphorisch habe ich das Kieler Publikum noch nie gesehen. Und das ist das Kieler Publikum noch nicht. Ich bin gerade einfach total leer und logischerweise unzerstört und fraurig. Vielleicht hat es der am Ende verdient. Wir haben heute in der Tat nicht unser bestes Spiel gemacht. Am Ende lag es dann daran, dass wir heute nicht das Maximum leisten konnten. Und offensichtlich konnte das der THW Kiel zu Hause. Und scheiße. Ja, absolut. Dem muss man eigentlich nichts hinzufügen. Wie sind Sie informiert worden über die Ergebnisse? Haben Sie sich was sagen lassen, auch während der zweiten Spielhälfte, dann direkt reinrufen? Oder wie ist es gelaufen? Ja, es war dann im Endeffekt in den letzten fünf Minuten so, dass dann durchgezickert, dass der Spiel anscheinend 15 Minuten geführt hat. Und ja, dann hat man schon auch teilweise an den Gesichtern und die Reaktion der Fans gespürt, dass es offensichtlich für uns nicht gelangt hat. Uwe, hier waren 1.000 Rhein-Neckar-Löwen-Fans. Die Halle war nicht nur blau-weiß, sondern auch blau-gelb. Da muss man im nächsten Jahr wieder anpacken, oder? Ja, das sowieso. Vielleicht kann ich mich auch an dieser Stelle bei den Fans bedanken, weil das, was die hier heute abgeliefert haben, war überragend. Und sowas habe ich noch nicht erlebt. Und da müssen wir erstmal ein ganz, ganz großes Dank aussprechen, auch wenn ich jetzt extrem drauf bin. Uwe, wir haben zu danken für eine unglaubliche Leistung in Ihrer Mannschaft in der ganzen Runde. Was bleibt einem zu sagen? Kopf hoch ist einfach scheiße zu sagen. Aber danke schön. Danke schön, Uwe.